Und ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Teil vom Mario Kart 8 Deluxe auf Nintendo Switch. Und ja, wir warten noch auf einen Mitspieler und dann sind wir nämlich zu 6. Nämlich Real Exos kommt auch noch mit dazu. Also bis gleich. Boah, bist du gemein. Hör mal auf. Es ist so. Nee, es ist nicht so. Das ist aber so. Was ist bei euch schon wieder los? Ach du Scheiße. Ich will nicht wissen, wie wenn du bei einer roten Ampel stehst oder wenn jemand dich nervt. Oder wenn du Fehlstart hinkriegst. Ach du Scheiße. Es ist Rechtsfahrgebot. Ihr müsst alle auf der rechten Spur fahren. Stimmt jemand nicht mit euch? Nur links darf überholt werden. Rechts muss gefahren werden. Es ist Rechtsfahrgebot. Ganz aus dem rechten Bus muss einordnen. Ich fahr komplett links. Ich überhole alle. Ihr müsst erstmal Blinker, Schulterblick, in die Spiegel gucken, dann ausscheren. Hey, mein Blinker! Blinker rechts, Schulterblick, in die Spiegel, dann wieder rechts vor dem LKW oder vor dem jeweiligen Auto wieder einscheren. So fährt man auf dem Autobahn Auto. Richtgeschwindigkeit ist 130. Ganz rechts wirst du die leider nicht einhalten können. Auf der linken Spur bei gutem Verkehr eventuell. Deswegen würde ich euch jetzt mal bitte alle dafür darum bitten, mal ganz rechts zu fahren. Wir wollen hier ja eine reelle Situation simulieren. Total. Kriegt nur Scheißpilze ein. Gegenstände auf der Fahrbahn auch bitte direkt den Notruf wählen. Jeweils entweder die zuständige Feuerwehr... Ach komm! Oder falls... An die beiden fallen es auf die Polizei, um sie darauf hinzuweisen, dass Gegenstände aufliegen. Es ist wichtig für die Sicherheit der anderen Mitfahrer... Um die Sicherheit der anderen Mitfahrer zu gefährleisten. Das hätte fast alles... Sagt der, der dann Panzerschmeiß. Dings da. Ah, vom Bett! Nicht vom Bett! Hey, das ist mein Spruch! Nein! Boah, eh, da habe ich wegges... Oh, ich habe sie hinweggeslashed mit dem roten Panzer. Tut mir jetzt aber nicht leid. Nicht ganz ehrlich. Oh, bist du witzig. Ja, ich bin ziemlich lustig. Ich sage es so, dass das so gut er kann. Man merkt es. Ja. Ich finde das auch schön, dass du das auch nicht mehr erkennst. Das ist das, was ich muss. Mein Kopf. Komm, fahr! Nein, 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 nein! Nein! Junder! Alter! Man könnte jetzt mein, ich bin wieder Lippel-Datel gewonnen, aber das hat ja auch eigentlich für ein Gerücht. Das hat rippelt mein ganzer Körper. Das liegt auf meinem Auto gebägt. Ich bin aber einfach daran, weil ich mich als einziger ans Rechtsfallgebot gehalten habe. Wenn ich mal ganz ehrlich bin. Ich glaube, der Einzelne, der hier Orts hat, das war ganz schön ein Gefühl. Das ist neutral, das heißt, er hat auch gar kein Geld. Das ist reinstes Mobbing hier, ne? Also das ist jetzt hier auch aufgenommen, ne? Damit möchte ich jetzt einfach nochmal festhalten, dass das hier reinste... Alles gelogen. Das ist keine Beleidigung, das ist keine Beleidigung, das ist kein Beleidigung, das muss ich ja tun, um vor euren Schäden zu schützen. Spielt der Real-Exus eigentlich mit? Nein. Ich dachte, der wäre ja schon drin. Nee. Also irgendwann stimmt er in den Augen, das, ne? Ich bin durch eine andere Fläche gegeben. Du bist vor mir. Gleich nicht mehr. Ja? Ja? Schön. Ja, ha, 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 ha. Ja, ha, 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 ha. Siehst du schon aus wie eine Hexe, bist auch noch. Uuuh, ha, 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 ha. Dann musst du eine ordentliche Menge Salz abbauen. Ja, ey, ohne Witz, ich wäre, das ist einfach... Ich bin kaputt bei solchen Spielen. Seelisch wie auch schlieg. Man merkt's. Ja, das liegt an euch, ne? Das liegt an dir. Du willst es so auch? Echt. Ja, und weißt du, wisst ihr auch, was geht bei euch? Ne? Das ist einfach... Das ist so. Nein! Nicht mal runter. Es ist schon wieder so lächerlich. Warum ich... Weil du vor mir warst. Warum... Ja, aber jetzt wieder so oder so. Warum kannst du mich nicht einfach mal fahren lassen? Nein. Wenn ich gleich noch einmal drei Pilze bekomme. Dann landet dieses Spiel einfach in einer Plastikmülltonne. Das hast du schon öfter, glaub ich mal, gesagt, oder? Ja, das ist ja schon... Das ist ja schon... Das sind dem Mario-Kalifon vor. Oh, Löher. Ja, was? Ja, was? Wir haben jedenfalls wieder einen Müllschredder und jedem mal kommst du wieder auf... Nein, ich hab nichts gekriegt! Oh, Feuer! Ja, ich komm jetzt in Rot aus. Scheiße. Ja! Ja! Nein, nein! Nein! Ja! Jawoll, ja! Ja! Nein! Ja! Ja, Baby! Oh! Sie denn! Welchen Platz... Reizen? Genau den Platz hab ich erwartet. Welchen den fehlt mir und sag vor dir? Ha! Wie ist das aus? Null auf der Tats... Hat jemand den... Wer die Null auf dem Telefon gedrückt? Ja, da ist auf einmal sie nur ruhig, ne? Einmal letzter gemacht... Auf einmal wird ja nichts mehr gesagt, ne? Ich hab nichts gehört, was? Da spielen die zu zweit mit dabei? Ja, cool! Wenn ich das schon sehe, dass dieser Löher... Was hast du gegen mich? Dasselbe was gegen ihn auch hat... Ich hab nichts gegen Löher, nur gegen seinen Spielstil. Boah! Boah! Jetzt sind wir hier ja wirklich mal fast eine volle Truppe hier, ey! Das gibt's ja nicht! Ja, jetzt wird noch... Jetzt wird noch Etik los, ne? Keine Ahnung... Wer klaut mir hier meinen weißen... Äh... Ja, Mann! Das... Das war... Das war... Ey! Sebastian immer, ne? Soll wieder zurück zu Ariel gehen, ein paar Lieder unter mir... Du bist heute aber echt salzig! Äh, wirklich! Ne, heute absolut... Äh... 50... 50... 50... So... Nein! Doch! Hotfax! Cola und Chips! Nein! Oh mein Gott! Uah! Oh, komm, warum? Ah, der... Zug... Ah! Ah! Meine Güte! Wenn 80 Leute sich streiten, freut sich der 81. Nein! Oh, oh, ich hab drei rote Löwen vor! Oh! Ach, komm! Ach, komm! Hey, komm! Ey! 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 Details! Ey! Ey! Prinzessin, fah! Ey, ey! Willkommen extra! Kack! Andere Wissen! Nein! Aua! Nein! Mann! Ey! Toi Siebter! Was soll der Mist? Nein, nein! Nein! Alter, nee! so soll es sein und nicht anders sie hat schon mal alles tweets ist aber nicht so nice was was ist doch das ist die shit dabei erfindet nemo ist eine person auf die man steht ja das hat sie mir schon mal gesagt ja aber du verstehst ja eh kein englisch von der hebe nein da war eine wand hier war zu schön dass man bei dir stecken lassen danke sitzt der zelper zu locker bei dir wünscht ich sehe deine hand ist ausgerutscht ja die ist komplett ausgerutscht ich merke es meine rutscht auch gleich aus nein banane immer wieder geil mann du kleiner ich bin nicht letzter maxi ist letzter genauso schlimm ja geh weg geh weg ich muss einfach shit aaaah falsche richtung nein ja wer klaut denn da meine banane ich bin jetzt nicht so an wie wärs mal mit einem blauen panzer oder sowas mann wer kürzen da schon wieder ab hier es gibt ja nicht nein nein ich kann dich nicht hören so weit bist du schon weg ey tut mir leid dann lächst du dich oh man ey deine wäre das nicht besser meine ist um ein vielfaches besser ja es ist jetzt die von Keno doch das ist die von Keno das ist meine das ist meine ja die einer mit Geschmack hier wieder in der Runde mal wieder nur einer aber ich kenne ja schon der Problem also das ist ein komischem Geschmack aber wirklich das hat ziemlich gut geschmeckt danke Sine beim wir im ує warum da ich aber wir da bleibt über sie proberatmen sie öffnen der der des selberge der noch eine runde sind halt auch schon die selda mit einer mit der besten mucke des spiels aber auf euch bock sie dann zu schlecht gewesen oder was das ist jetzt auch unangenehm ist das war meine genau ja ich ich wollte den kino abschießen einfach gegen die selber abschießen ich bin so guck dir an wo ich bin ich bin einfach ich habe es so sehr verdient jetzt den ersten platz sie ist wie so ein huhn der morgen kräft der musik da kann passieren was ich habe trotzdem gute laune der anfang ist das wichtigste und schon ist jeder auf youtube denkt sich wohl warum müde ich stehe nicht bei discord da werden erfahrt kann ich nicht wieso kriege ich gar nicht wir sind alle wieder vor so leute wir haben es geschafft dass das auch die bei ab 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 die die man Ok, du Moll jetzt. Wir wollen fahren. Ich bin vor dir, Alter. Akzeptieren es oder nicht. Oh, die Hupe absolut verkackt, Alter. Ich hab dich getroffen. Ja, aber ich hab dich auch getroffen. Ja, und jetzt? Ja, war ganz schön kacke, ne? Nee. Ja, war sauber gespielt von dir. Scheiß war das. Wann zieh denn? Hey, Wann zieh denn? Hey, Wann zieh! Ich fahr gegen die Wand, weil ich scheiße bin. Scheiße. Nee, 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 nee. Jawoll! Nein! Jawoll! Nein, nein, nein! Geil! Wie Alexis, das ist zweiter gewesen. Zweiter Platz, Jungs! Zweiter Platz. Da hab ich ihn in den Silberpokal. Wieder absolute Nackler. Mit letzter Platz, vorletzter Platz. Aber ich hol mir das Silberpokal. Leute, Leute, Leute. Folgen der Boss. Wir spielen alle Schallgeist mit Standard-Card. Das ist doch jetzt eh wieder Schluss. Nein, wir machen noch eins. Wollen wir noch dazukommen. Leute, machen wir das? Wirklich jetzt? Ich muss jetzt... Oh, völlig jetzt! Oh, ne! Da steigt der Salzgeld ja ins Unendliche, ey. Das steigt ja gar nicht aus. Aber für heute war's das wieder. Danke fürs Zuschauen. Das war MarioCard 8 Deluxe mit dem folgenden Keno. Und mit Darknetics, Sinem, MP, und Real Lexus und seinen kleiner Bruder Maxi. Und mit mir von der Game. Das ist das Hobby. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Vergesst keinen Daumen hoch und ein Abo. Und ihr dürft mich auch unterstützen. Den Kanal bei der unten rechts könnt ihr das machen. Und dann sehen wir uns irgendwann wieder das nächste Mal. Tschüss! 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 Tschüss!